Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Alper und heute erkläre ich euch, wie ihr beim Sony Xperia 10 Mark III eure SIM-PIN ändern könnt. Vielleicht habt ihr eine ganz doofe PIN, vielleicht hat euch irgendjemand mal über die Schulter geschaut. Gar kein Problem, wir klären das gemeinsam. Viel Spaß! Entweder hat euch mal jemand über die Schulter geguckt oder ihr habt eine total doofe PIN von eurem Provider bekommen und wollt diese PIN jetzt ändern. Vielleicht mit eurem Geburtsdatum oder irgendwas anderes. Zum Glück bietet euch das Sony Xperia 10 Mark III die Möglichkeit, diese PIN zu ändern. Wir wechseln einmal hierfür auf die Einstellungen und gehen dann hier zu dem Punkt Sicherheit. Drücken einmal drauf und hier unten haben wir auch schon den Punkt SIM-Karten sperre. Wenn ich jetzt da drauf drücke, haben wir zwei Möglichkeiten. Das eine ist die SIM-Karte sperren, Telefon kann nur mit PIN genutzt werden. Ich kann das jetzt ausschalten. Das würde bedeuten, dass irgendjemand meine SIM-Karte noch rausnehmen und woanders verwenden kann, um irgendwelche Rufnummern anzurufen. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, das auszuschalten. Aber wir wollen ja hier einmal die PIN ändern und jetzt haben wir hier PIN für SIM-Karte ändern. Und jetzt fragt ihr einmal nach der PIN für die SIM-Karte. Wichtig, es gibt nur drei Versuche. Also fragt ihr einmal nach der alten PIN. Und das ist jetzt bei uns die 1, 2, 3, 4. Ich gehe auf OK und jetzt kann ich PIN für SIM-Karte, neue PIN für SIM-Karte eingeben. Und jetzt mache ich hier einfach mal viermal die 0, drücke auf OK und gebe jetzt hier nochmal die viermal die 0 ein, damit ich mich nicht vertippt habe und das Ganze auf jeden Fall auch richtig ist. Gehe auf OK und zack, hier steht unten schon SIM-PIN erfolgreich geändert. Und das bedeutet, das nächste Mal, wenn ihr euer Handy einmal einschaltet und ihr nach der SIM-PIN fragt, dann gebt ihr jetzt einfach, jetzt in unserem Fall, die viermal die 0 ein und das war es dann auch schon. So einfach ist die SIM-PIN Änderung auf eurem Sony Xperia 10 Mark III. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.